Die Lords und Gentlemen, wir haben Schiffe mit furchtlosen Besatzungen. Wie steht ihr dazu, Jungs? Wie wär's mit einer Jagd auf Piraten für König und Vaterland? Sagt diesen Lords und Gentlemen, dass sie getrost in ihren Flüschsesseln ruhen dürfen. Ihr bekommt eine Altskette von seinen Zähnen. Geht, oder ich lasse euch durch die Dienerschaft hinauswerfen. Das sagst du. Und in Wirklichkeit denkst du, geh nur nicht. Ich liebe dich. Mach mich bitte glücklich. Und bewahr mich vor einer unglücklichen Ehe mit diesem Schuft Ingram. Niemals! Untertitelung des ZDF für funk, 2017